أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس القرآن Vortrag aus den Lehren des Heiligen Qur'an السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen درس القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الكثير من الشيطان الرحيم والمعروف وينهاهم إلى المنكر والمعروف وينهاهم إلى المنكر الأميين يتبعون الحكرا للمشاهد ويمكن هذا الحكرا للمشاهد كان المنكر في التورات والمعروف وينهاهم يتبعون In diesem Ders werden wir nur einige Beispiele aus dem Alten und dem Neuen Testament behandeln, die von einer wunderbaren Person, einer wunderbaren Propheten berichten, also die Person des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zum Beispiel heißt es im Alten Testament im fünften Buch Moses, Kapitel 18, das ist der Vers 18 bis 22. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern entstehen lassen. Ich will ihnen meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage. Einen Mann aber, der nicht auf meine Worte hört, wie der Prophet in meinen Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaß in meinen Namen ein Wort verkündet, dessen Verkündung ich ihm nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Wenn wir die Prophezeiung betrachten, so heißt es zum Beispiel, dass er ein Prophet wie dich sein wird. Also Moses, alaihi wa sallam, war ein gesetzgebender Prophet. Somit sollte auch der verheißene Prophet, der kommende Prophet, auch ein gesetzgebender Prophet sein. Und auch Allah Tala hat den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit Moses, alaihi wa sallam verglichen. So heißt es im heiligen Koran, inna arsalna ilaykum rasulin shahidin alaykum kamar arsalna ila fir'auna rasula. Wahrlich, wir haben euch einen Gesandten geschickt, der ein Zeuge ist über euch, wie wir zum Pharao einen Gesandten schickten. Dann heißt es, der Prophet soll aus ihren Brüdern entstehen. Und die Kinder von Bani Israel sind Bani Ismail. Und der heilige Prophet, alaihi wa sallam, war auch aus dem Nachkommen von Bani Ismail, also dem Nachkommen von den Propheten Hazat Ismail, alaihi wa sallam. Dann heißt es in dieser Prophezeiung, was immer dieser verheißene Prophet sagen wird, wird er im Namen Gottes sagen. Und der heilige Prophet, alaihi wa sallam, lehrte uns, dass wir jede Handlung mit Gottes Namen anzufangen haben. Und des Weiteren wird jedes Kapitel des heiligen Koran mit dem Wort Gottes angefangen, also Bismillahirrahmanirrahim. Das heißt, im Namen Allah ist das Gnädige des Himmah Barmherzigen. Weiter heißt es, dass wenn ein falscher Prophet, der den Anspruch erhebt, ein Gesandter Gottes zu sein, wenn es nicht der Fall ist, dass Gott ihn selbst bestrafen wird. Und genau so eine Aussage gibt es auch im Heiligen Koran. Und zwar sagt er im Heiligen Koran, Die Übersetzung ist, und hätte er irgendwelche Aussprüche in unseren Namen besonnen, würde Gott diesen Menschen selber bestrafen. Und das zweite Beispiel, was ich erwähnen möchte, ist aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 33, Vers 2. Und zwar heißt es, er sprach, Der Herr ist von Sinai gekommen und ist ihnen aufgegangen in Sair. Er ist hervorgebrochen von den Bergen Paran und ist gekommen mit vielen tausenden Heiligen. Zu seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz an sie. In dieser Überlieferung sehen wir, dass zum einen das Kommen von Sinai ein Hinweis auf die Erscheinung von Propheten Moses gemeint ist, also auf den Berg von Sinai. Dann der Satz Aufgehen von Sair bedeutet das Auftreten von Jesus, Salasat Islam. Und die dritte Manifestation aber sollte von Paran ausgehen. Und Paran ist in Arabisch Faran, also das sind die Berge zwischen Mekka und Medina. Und wir wissen aus der islamischen Historie, dass sich jüdische Stämme in Medina befanden. Und das war auch aus dem Grund, weil sie davon ausgegangen sind, dass der kommende Prophet aus dieser Gegend, also aus der Gegend von Paran oder Faran erscheinen wird. Weiter heißt es, dass er mit vielen tausenden Anhängern von Paran kommen wird. Und die Geschichte bezeugt, dass es der heilige Prophet Muhammad, der sich von Paran erhob. Und er wurde begleitet von 10.000 Anhängern, die in Mekka einmarschierten und Mekka eroberten. Und im älteren Bibelexemplaren ist das Wort 10.000 noch zu lesen. Und dann lesen wir das feurige Gesetz. Und mit feurigem Gesetz hat Muslimodra Silatalanho erklärt, dass damit die Lehre und dass damit der heilige Koran gemeint ist. Und das feurige Gesetz wird zwei Arbeiten erledigen. Einerseits wird es alle falschen und schlechten Sachen verbrennen. Und andererseits werden die Menschen daraus Licht und Erleuchtung entnehmen. Des Weiteren hat Jesus, ala sallahu ala sallam, ebenfalls von einer wunderbaren Person prophezeit. Und zwar heißt es im Johannes Kapitel 16, Vers 7 bis 14. Und er sagte, Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkünden. Derselbe wird mich verklären, denn von den meinen wird er es nehmen und euch verkünden. Hier spricht Jesus von einer Person, die nach der Ankunft von Jesus kommen wird. Dann sagt Jesus zum Beispiel, dass er nicht von sich selbst aus reden wird, sondern was er hören wird, das wird er reden. Also diese Person wird Offenbarungen von Gott erlangen. Oder heißt es weiter, er wird Dinge vorhersagen, die in der Zukunft liegen. Und genauso spricht der heilige Koran und der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam hat uns vieles über die Zukunft übermittelt. Dann sagt Jesus auch in dieser Prophezeiung, dass diese Person Jesus sallallahu alaihi wa sallam von jeglicher Anklage befreien wird. Somit war es der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam jene Person, die durch Argumente bewiesen hat, dass Jesus sallallahu alaihi wa sallam nicht den Kreuztod erlitten hat. Und gemäß der Bibel wurden Menschen, die am Kreuz verstarben, als Elend oder Verflucht bezeichnet. Es gibt sehr viele weitere Prophezeiungen im Alten und im Neuen Testament, die von einer wunderbaren Person und die Person des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprechen, aber wir selbst sollten uns mit den Lehren des verheißenen Messias sallallahu alaihi wa sallam, mit den Lehren des Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigen, damit wir auch dieses Wissen erlangen können und auch anderen Menschen davon mitteilen können. Mögen wir Nutzen ziehen aus dem Lehren des heiligen Koran und den Lehren des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam und von den Imamen der Zeit des verheißenen Messias sallallahu alaihi wa sallam und auch selbst versuchen, einen hohen Rang der Spiritualität zu erlangen. Möge Allah uns dazu befähigen. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. Afsala sallallahu alaihi wa sallam. Inna ka hamidun majid. Darasul Koran Vortrag aus den Lehren des heiligen Koran